Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir wieder Raketen von Rupro Feuerwerk. Wir haben hier das Rocket Silence. Hier sind 8 Raketen enthalten. Wir haben, so wie es aussieht, 4 verschiedene Sorten. Wir haben einmal die 6751, 6752, 6753 und die 6754. Ja, gekostet hat das Set, glaube ich, gerade mal 5 Euro. Das habe ich damals gekauft im Runge ausverkauft. Ja, NEM müssten 21 Gramm pro Rakete sein. Ne, stimmt gar nicht. Wir haben 12 Gramm Raketen, 19 Gramm Raketen und 13 Gramm Raketen, falls ihr das hier sehen könnt. Und da würde ich mal sagen, gehen wir mal raus und zünden alle weg für euch. Also, bis gleich draußen. So, wir haben jetzt hier noch die Secret Broglets. Da zünden wir einfach mal alle weg. Das war ja am Anfang. Oh, unsere die gleichen. So, das ist ja alles neblig hier. Nur mal eine kleine. Das waren auch die gleichen. Wunderbar. So, dann haben wir noch eine letzte kleine. Die ziehen wir endlich. Und jetzt haben wir uns noch drei. So, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Okay? Okay. Outro